Stellt euch vor, ihr und sagen wir drei weitere in eurer Klasse haben schon ein eigenes Auto. Alle anderen 26 Mitschülerinnen und Mitschüler nicht. Dann macht das euch Autobesitzer nicht nur höchstwahrscheinlich zu den Fahrern, wenn es auf eine Party geht, sondern auch zu einer Minderheit in eurer Klasse. Die anderen ohne Auto sind ja die deutlich größere Gruppe und bilden damit die Mehrheit. Viele sind die Mehrheit, wenige die Minderheit. Das ist ganz klar. Aber obwohl ihr zahlenmäßig definitiv zur Minderheit gehört, würdet ihr jetzt vielleicht nicht durchs Leben gehen und euch als eine solche bezeichnen. Denn bei Minderheiten denken viele eher an Gruppen, die irgendwie anders sind und die vielleicht sogar benachteiligt werden oder die sich ausgegrenzt fühlen. Aber stimmt das überhaupt? Und welche Minderheiten gibt es eigentlich? Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Minderheiten um? Und warum lohnt es sich überhaupt, über sie zu sprechen? Schließlich betrifft das ja immer nur wenige. Das alles klären wir jetzt. Starten wir mit der ersten Frage, was sind Minderheiten? Und dafür gucken wir uns erstmal an, was eine Minderheit überhaupt ist. Wenn man von Minderheiten in einer Gesellschaft spricht, dann meint man dabei meistens Gruppen, die sich durch bestimmte Merkmale von der Mehrheit der Bevölkerung unterscheiden, abgrenzen oder auch abgegrenzt werden. Solche Merkmale können zum Beispiel die Sprache, die Herkunft, die Religion, aber auch die sexuelle Orientierung sein. In Thüringen sind etwa Menschen in der Minderheit, die nicht in Deutschland geboren sind. Das sind 5,4 Prozent. Auch Arbeitslose sind in der Minderheit. 5,6 Prozent. Oder Menschen mit einer Behinderung. Millionäre sind auch eine Minderheit in Thüringen. In 2017 gab es 142, die in dem Jahr mindestens eine Million Euro verdient haben. Übrigens sind in Thüringen auch 15- bis 18-Jährige eine Minderheit. Sie bilden nämlich die kleinste aller Altersgruppen. Es gibt also nicht die eine Minderheit, denn unsere Gesellschaft ist ganz schön vielfältig, also divers. Es gibt mehrere Minderheiten. Sie besteht aus Menschen unterschiedlichen Alters unserer Gesellschaft, Geschlecht und mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. Solche Eigenschaften zählt man auch zu den Diversitätsdimensionen. Schaut euch dazu unbedingt dieses Video hier oben auf dem i an. Da erklären wir euch ganz genau, was es damit auf sich hat. Viele sagen, dass diese Vielfalt, diese Diversität unsere Gesellschaft bereichert, ihr also guttut. Die Idee, wenn jeder Mensch seine unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen einbringt, dann können sich verschiedene Perspektiven, Kenntnisse oder Fähigkeiten ergänzen oder vermischen und so ganz neue Ideen und Lösungen entstehen. Damit das klappt, müssen aber alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben und gleichwertig behandelt werden. Das ist ganz logisch. Und damit kommen wir zum zweiten Kapitel. Probleme und Schutz von Minderheiten. Denn gerade Minderheiten machen nicht selten Erfahrungen mit Ablehnung oder Ausgrenzung und fühlen sich eben nicht gleichwertig behandelt. Wenn man zu einer Minderheit gehört, dann bekommt man das oft zu spüren. Aber warum ist das so? In der Comedy-Serie Stromberg, die kennt ihr vielleicht, eine meiner absoluten Lieblingsserien, sagt die Hauptfigur Bernd Stromberg mal, Minderheiten sind oft anders als wir. Deshalb aber noch lange nicht schlechter als wir. Das hier ist natürlich nicht ernst gemeint, aber es bringt es eigentlich auf den Punkt. Angehörige einer Minderheit, das sind nämlich oft die anderen. Aber wer sagt, dass es die anderen gibt, der geht ja davon aus, dass es auch ein Wir, ein Normal gibt. Also eine Gruppe, die sich von den anderen unterscheidet. Also wir die Mehrheitsgesellschaft versus die anderen die Minderheit. Wobei die anderen im Gegensatz zum Wir eher als Minderwertige angesehen werden, also abgewertet werden. Diesen Prozess nennt man auch Othering, also jemanden zum bzw. zu anderen zu machen. Ein Beispiel gefällig? Eine Frau mit Kopftuch wird ständig gefragt, wo sie herkommt. Dabei ist sie in Deutschland geboren. Aber wegen einer Äußerlichkeit im Kopftuch denken viele Menschen, dass sie keine Deutsche sein kann. Sie wird also zu einer Fremden gemacht und durch die Fragen lassen die Gesprächspartner sie spüren, dass sie nicht dazugehört. Obwohl das ja gar nicht stimmt. Deshalb ist das Othering auch problematisch. Denn es kann zu Vorurteilen, Ausgrenzung und auch zu Diskriminierung führen. Und genau das passiert Minderheiten oft. Menschen mit Migrationshintergrund werden zum Beispiel oft bei der Wohnungssuche oder auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Vor allem, wenn sie einen ausländisch klingenden Nachnamen haben. Menschen mit Behinderung werden bei Veranstaltungen ausgegrenzt. Homosexuelle bekommen homofeindliche Sprüche an den Kopf geworfen. Und deshalb müssen Minderheiten besonders geschützt werden. Man spricht hier vom sogenannten Minderheitenschutz. Aber wie geht das? Zum einen gibt es das Grundgesetz, unsere Verfassung. Da heißt es zum Beispiel, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und an dieses Grundrecht müssen sich alle halten. Der Staat, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Egal ob Angehörige einer Minderheit oder nicht, Menschen dürfen nicht diskriminiert werden. Wir alle müssen also Minderheiten vor Diskriminierung schützen. Neben Gesetzen gibt es natürlich auch noch andere politische Maßnahmen, durch die Minderheiten geschützt werden können. Denkt zum Beispiel mal an Quoten. In Argentinien gibt es seit 2021 etwa eine Quote für Transpersonen in Behörden. Als Trans bezeichnen sich Personen, die sich mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht oder nur teilweise identifizieren oder wohlfühlen. Also zum Beispiel eine Person, die aufgrund von Geschlechtsmerkmalen bei der Geburt als männlich eingetragen wurde, sich aber als Frau identifiziert. Mit der Quote sollen in Argentinien ein Prozent aller Stellen mit Transpersonen besetzt werden. Und private Unternehmen, die Transmenschen beschäftigen, sollen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt werden. Ein anderes Beispiel wäre die Förderung von mehr Barrierefreiheit. Also zum Beispiel, dass Vermieterinnen Geld dafür erhalten, wenn sie ihre Wohnungen rollstuhlgerecht umbauen. Eine Regierung kann auch Ämter einrichten, die sich ganz konkret um die Themen und Belange von Minderheiten kümmern sollen. Zum Beispiel gibt es seit 2022 erstmals einen Queer-Beauftragten in der Bundesregierung. Der soll ein Bindeglied sein zwischen der LGBTQI-Community und der Regierung und sich für mehr Vielfalt einsetzen. Ziel all dieser Maßnahmen ist es übrigens nicht, Minderheiten jetzt eine Sonderstellung oder gar Bevorzugung zu geben, sondern mehr Gleichheit für sie zu erreichen. Bei der Transquote in Argentinien geht es nicht darum, Transmenschen zu bevorzugen, sondern ihnen überhaupt zu ermöglichen, einen Job zu finden. Denn nahezu alle der Transpersonen in Argentinien waren laut einer Studie davor nicht formal angestellt. Sie haben also nicht die gleichen Chancen wie die Mehrheit der Bevölkerung gehabt. Und damit zu Kapitel Nummer drei. Neben den Grundrechten, auf die sich jeder Einzelne, also jedes Individuum berufen kann, können sich anerkannte nationale Minderheiten auch auf den völkerrechtlichen Minderheitenschutz berufen. In Deutschland gibt es zum Beispiel vier von diesen anerkannten nationalen Minderheiten. Die dänische Minderheit, die friesische Volksgruppe, die deutschen Sinti und Roma sowie das sorbische Volk. Sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit, unterscheiden sich aber dadurch von der Mehrheit, dass sie eine eigene Sprache, eine eigene Kultur und eine eigene Geschichte haben. Sie leben meist seit Jahrhunderten traditionell in bestimmten Regionen. Diese nationalen Minderheiten werden als Gruppen ganz besonders geschützt. Zum Beispiel gibt es auch das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats, das jede Diskriminierung einer Person wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit verbietet. Und daran müssen sich alle Staaten halten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben. Das ist also eine internationale Vereinbarung, die auch entsprechend gilt. Auch in Deutschland. Kapitel Nummer vier. Wie geht die Demokratie mit Minderheiten um? Wir halten fest, Minderheiten haben eigene Bedürfnisse, eigene Interessen und auch Forderungen, die sie an die Mehrheit stellen. Zum Beispiel, wenn sie sich in der Gesellschaft nicht wahrgenommen fühlen und mehr Einfluss und Mitsprache fordern. Das kann manchmal auch zu Konflikten führen. Zum Beispiel, wenn eine Minderheit von der Mehrheit fordert, sich zu ändern. Die Mehrheit das aber vielleicht gar nicht möchte. Nehmen wir mal die Sprache. Manche fordern, dass non-binäre Menschen, also Personen, die sich keinem bestimmten Geschlecht zuordnen können oder auch zuordnen wollen, in der Sprache sichtbar gemacht werden. Etwa durch das sogenannte Gendersternchen oder auch Neopronomen, also Wortneuschöpfungen, die das oder er oder sie ergänzen. Beispielsweise Hen oder Nin. Ein Satz könnte lauten, Hen geht einkaufen, statt er oder sie geht einkaufen. Die Mehrheit müsste also ihre Sprache anpassen für eine Minderheit. Denn non-binäre Menschen sind eine Minderheit in Deutschland. Während das für die einen gar kein Problem ist, gibt es andere, die finden, die Minderheit hat nicht das Recht zu bestimmen, wie die Mehrheit zu sprechen hat. Und jetzt? Spoiler, darauf gibt es keine einfache Antwort. Theoretisch könnte man ja sagen, die Mehrheit bestimmt, weil das halt in einer Demokratie so ist. Aber Mehrheiten dürfen in einer Demokratie auch nicht alles bestimmen. Zum Beispiel sind die Grundrechte nicht verhandelbar, auch wenn die Mehrheit da irgendwas geändert haben möchte. Und die Grundrechte schützen auch Minderheiten in einer Demokratie vor Diskriminierung. In einer Demokratie haben Menschen eben auch das Recht, verschieden zu sein. Demokratie lebt von Toleranz. Und das bedeutet auch, Rücksicht auf Minderheiten zu nehmen. Die viel das ist, das entscheiden zum einen Gesetze, aber bis zu einem gewissen Grad auch jeder und jede Einzelne selbst. Zum Beispiel beim Thema Sprache. Manche verwenden das Gendersternchen und sprechen Worte etwa BäckerInnen aus mit einer kleinen Pause dazwischen, um auf unter anderem nicht binäre Rücksicht zu nehmen. Andere machen das nicht. Wichtig dabei ist, dass man da in einem offenen demokratischen Diskurs bleibt und sich auf Augenhöhe und mit Respekt begegnet. Denn in einer Demokratie darf niemand ausgeschlossen sein und man sollte immer sachlich diskutieren. Auch wenn das emotional ist. Die Frage ist, was denkt ihr denn? Wie weit würdet ihr euch für Minderheiten öffnen? Würdet ihr zum Beispiel eure eigene Sprache ändern? Oder sagt ihr, nee, auf gar keinen Fall? Gehört ihr vielleicht sogar selbst zu einer Minderheit und wünscht euch mehr Rücksichtnahme? Was ist da genau los? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Aber bitte bleibt fair und sachlich. Wie gesagt, es ist ein emotionales Thema. Sprache ist immer emotional. Die sachliche Mann dabei diskutiert, desto besser. Danke euch dafür. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.